Hören wir uns mal die zweite Geschichte an. 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 Er schloss das Fenster, griff zu seinem Reisekoffer, einem Holzkoffer mit ledenem Schulterriemen, den er immer bei sich trug, weil Magier immer damit rechnen müssen, dass man sie um Hilfe bittet, und sie auf diesem Grund stets hilfreiche Sachen mit sich führen sollten. Hören wir uns mal die zweite Geschichte an. 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 Legend eintaB-Gillions Und wenn sie sich auf dem Feldweg oder anderswo getroffen hatten. Und weil sie nicht mehr ganz jung und sehr äpahler theatern war und in soviel Jahre Nachbarschaft vielen ab und zu's passten, kannten sie sich gut. »Hallo, Frau Hase«, sagte der Magier etwas lauter und erschrak dabei fast vor seiner eigenen Stimme, weil er seit Tagen in gedanken vertieft gewesen war und mit niemandem gesprochen hatte, abgesehen von sich selbst. Der kleine Hase wandte sich um und blickte ihn mit großen Hasenaugen an. Für einen kurzen Moment blickte der alte Mann ebenso erstaunt unter buschigen weißen Augenbrauen heraus zurück. »Hallo, na, wohin sind Sie denn unterwegs?« fragte die Bekannte mit einem Stapel pflegeleichter Handtücher im Arm. »Ich gehe zum Postamt,« antwortete er. »Erwarten Sie ein Paket oder einen Brief?« fragte die Häsin, während sie ein paar Strümpfe der Farbe nachsortierte. »Einen Brief. Das ist nur eine magische Vorahnung. Es kann aber nicht schaden, beim Biber vorbeizusehen, nicht wahr? Zumindest wird mir die frische Luft guttun.« Da haben Sie recht. Mit zwei Handgriffen wandte die Nachbarin den Bezug einer großen Bettdecke auf links und nach zwei weiteren geschickten Bewegungen hatte sie ihn auf den letzten freien Platz ihrer Wäscheleine gehängt. Dann nahm sie zwei Wäscheklammern aus einem Beutel, der neben dem kleinen Hasen lag, und hielt sie dem Jungen hin. Dieser sah seiner Mutter entschlossen in die Augen, nahm die Wäscheklammern, stellte sich auf den Baum stumpf auf, dem er bis eben gesessen hatte, und streckte die Arme von sich. Seine Mutter hob ihn hoch zur Wäscheleine, und der Junge klammerte den Bezug mit den Wäscheklammern an den Strang. Dann verschränkte er seine Arme und blickte kritisch auf seine Arbeit. In dieser Position setzte die Häsin ihren Jungen auf den Boden ab und wandte sich wieder dem Magier zu. »Sagen Sie«, begann sie, »Tim, mein Sohn, der hat heute schulfrei, und ich habe noch so viel zu tun. Da wird er sich hier bestimmt langweilen. Wie wäre es, wenn Sie ihn mitnehmen zum Postamt?« Der alte Mann wäre dankbar gewesen, hätte man ihm die Gelegenheit gegeben, ein paar Selbstgespräche zu führen, um zu erörtern, ob das wirklich eine gute Idee war. Als er wenigstens für einen Moment nachdenklich zu Boden blicken wollte, da sah er wieder in zwei große Hasenaugen. Tim war schon bereit, und er hatte sogar schon seinen Rucksack dabei und sorgte damit für eine der seltenen Gelegenheiten, in denen man den Magier erstaunt murmeln hören konnte. Ein frischer Vormittagswind begleitete den weisen alten Mann und seinen jungen Freund. Dieser hätte übrigens keine Schwierigkeiten gehabt, mit dem für Hasenverhältnisse riesenhaften Magier Schritt zu halten, doch trotzdem ging der Mann ein klein wenig langsamer, als er es gewöhnlich tat. Die beiden wanderten eine Weile lang, und dann noch eine Weile lang, schweigend an rauschenden Wiesen vorbei. Ein knorriger Baum knarrte ein Stück ab des Feldwegs und musste zusammen mit zwei struppigen Gebüschen, die es sich an seinem knotigen Stamm gemütlich gemacht hatten, feststellen, daß der Magier angestrengt schwieg. Der in der Magie geschulte Mann war sich nicht sicher, ob es besser war, irgendetwas zu sagen oder nicht. Und wenn er sich sicher gewesen wäre, daß es besser sei, etwas zu sagen, dann wäre er über der Frage verzweifelt, was er sagen sollte. Während er genau darüber nachdachte, übersah er eine knorrige Baumwurzel, die vor ihm aus dem Boden ragte. Er stolperte nach vorne, kreiste mit den Armen in der Luft und drohte vornüber zu schlagen, schließlich gelang es ihm, sein Gleichgewicht zu halten, und er kam wieder sicher zum Stehen. Als er seinen Bart glatt strich und tief durchatmete, bemerkte er, daß Tim an seiner Seite stand und ihn prüfend ansah. Der alte Mann sah an sich herab, konnte aber keinen Schaden ausmachen. »Alles gut,« sagte der Magier, »laß uns weitergehen.« »Weiter geht's,« sagte Tim, der jetzt, obwohl der Magier sich nicht verletzt hatte, doch ein klein wenig langsamer ging, als Hasenjungen es für gewöhnlich zu tun pflegen. So ließen sie die Wurzel und in einiger Entfernung einen knorrigen Baum hinter sich, der sich keiner Schuld bewusst zu sein schien. Auf ihrem Weg begegneten die zwei einem Igel. Dieser war gerade dabei, im Gras neben einer Brücke über einem sprudelnden Bach, den man auf dem Weg zum Postamt überqueren mußte, eine rot-weiß karierte Decke auszubreiten. Er machte den Eindruck, als wolle er es sich zum Mittagessen bequem machen. Und tatsächlich hatte er einen Korb dabei, aus dem er belegte Brote herauszufischen begann. Als er die beiden Wanderer bemerkte, legte er sein Essen beiseite, stand auf und fragte mit einem zufriedenen, breiten Lächeln und mit zwinkernden Igelaugen, »Wohin des Weges?« »Zum Fluss. Ich und mein junger Freund wollen das Postamt des Bibers besuchen,« antwortete der alte Mann. Tim und der Magier standen am Wegesrand, und beiden fiel auf, dass es bald Mittagszeit war, und vielleicht bemerkte auch der Igel, dass den beiden jetzt ein gutes belegtes Brot gut täte. Denn Landluft macht hungrig, und davon gab es hier draußen eine ganze Menge. »Darf ich euch zu einer kleinen Stärkung einladen?« fragte der Igel, der sich liebend gerne mehr für unterwegs mitnahm, als er essen konnte, und der es deshalb um so lieber mit anderen teilte. Tim blickte den Magier fragend an. »Nun, wir freuen uns sehr über Ihre Einladung,« gab dieser zur Antwort. Tim sah ihn immer noch fragend an. Es war ein leises Knacken zu hören, als der Magier sich zu dem Hasenjungen herunterbeugte, um ihm zu erklären, dass man von Fremden nichts annehmen sollte, »es sei denn, man ist ein Magier, denn Magier wissen eben, ob man es mit Halunken oder einfach mit freundlichen Fremden zu tun hat.« Tim nickte zustimmend, und der Igel tat so, als hätte er es nicht gehört, dass man ihn als Fremden bezeichnete, der einfach freundlich war. Außerdem war er nämlich noch bescheiden, und daher ließ er sich nichts anmerken, aber er überreichte den beiden die Brote, die für ihn am appetitlichsten aussahen. Nun, zumindest versuchte er das, doch im Brote zubereiten war er meisterlich. Ihm waren alle gut gelungen. Während die drei neben dem Bach auf der Wiese saßen und ihr Mittagessen verspeisten, kamen sie ins Gespräch. Der Igel stellte sich ihnen als Heinz vor. Er war ein Cousin der Igelbrüder, die, so erklärte Heinz, übrigens auch gerade die Post besuchten. Der Magier erinnerte sich, dass er die beiden am Morgen von seinem Fenster aus gesehen hatte, wie sie den Feldweg entlang gewandert waren. Die Igel wollten ihren Cousin auf dem Brückweg hier am Bach wieder abholen. Sie wussten schließlich, dass er gerne in der Sonne saß und den Plätschern des Baches zuhörte. Und Heinz wußte, dass seine Cousins nicht einmal für ein gut gemachtes Brot Rast machen würden, wenn es galt, bestelltes Werkzeug abzuholen. Deshalb wartete er hier auf sie. Tim wagte sich an den Rand des Baches und sah sich um. »Kommt mal«, rief er Heinz dem Igel und seinem Freund dem Magier zu. Die beiden bahnten sich vorsichtig den Weg durch das hohe Gras am Ufer des Baches, bis sie neben dem Hasen standen. Im Bach blinkten viele kleine Fische, die sich in flinken Bewegungen gegen die leichte Bachströmung behaupteten. Lange betrachteten die drei die kleinen schillernden Fische und das klare glänzende Wasser. Um sie herum brummten Käfer durch die Luft, die den Sonnenschein und den sanften Wind genossen. Im Schatten unter der Brücke schien es kühler zu sein, und von dort her drang ein gluckernes Plätschern herüber. Heinz winkte von der anderen Seite des Baches zum Abschied, als Tim und der alte Mann die Brücke überquerten. Tim winkte zurück, und während sie ihren Weg fortsetzten, blickte sich der Junge von Zeit zu Zeit um, bis er den freundlichen Igel schließlich nicht mehr sehen konnte, bis der gute Heinz zwischen den Gräsern nicht mehr auszumachen war. Tim ging jetzt ein Stück voran, und als sie ihr Weg durch ein kleines Stück Wald führte, in dem der Boden dicht mit den Tannennadeln bedeckt war, hielt er an und lauschte. Im Lauschen kann selbst ein ausgewachsener Magier einem jungen Hasen nicht das Wasser reichen. Auch der weise Mann lauschte, aber der Nadelwald war so still, dass er nur seinen eigenen Herzschlag hörte. Die Hasenohren hingegen waren fein genug, um zwei fröhlich singende Stimmen am anderen Ende des Waldes zu hören, und wenig später konnte auch der Magier erkennen, dass ihm zwei Igel entgegenkamen. Es waren die Igelbrüder, und wie es schien, hatten sie Erfolg gehabt und kehrten nun mit neuem Werkzeugen von der Poststation am Fluss zurück. »Ein neuer Hammer ist ein wunderbares Ding, der Nutzen des Alten seit langem nur gering. Eine neue Säge ist beim Hausbau sehr genehm, die alte wurde schon vor Wochen zum Problem. Neues Werkzeug, ja, das hatten wir bestellt. Die Handwerksarbeit, ja, das ist unsere Welt.« Dann ahmten die Igelbrüder rhythmisch die verschiedensten Werkzeuge nach. Als sie aber die zwei Gestalten im Wald bemerkten, die ihnen entgegenkamen, hörten sie auf. Wahrscheinlich hatten sie mehr Spaß am Singen, wenn sie unbeobachtet waren. Nachdem sie erkannt hatten, dass es Bekannte waren, zogen sie ihre Mützen vom Kopf und winkten damit, während sie ihnen entgegenkamen. »Guten Tag, Herr Magier!«, sagten sie wie aus einem Munde. Der Magier winkte ihnen freundlich zu, und dann nickte Tim ihnen freundlich zu. »Ihr scheint ja alles bekommen zu haben, was ihr wolltet,« sagte der Magier. »So ist es,« sagte einer der Brüder zufrieden, der sich durch seine blaue Arbeitshose deutlich von seinem Bruder unterschied. Er klang etwas erkältet. Sein Bruder, der eine rote Hose trug, sagte, »Aber jetzt müssen wir weiter, denn unser Cousin wartet an der Backwiese auf uns. Hoffentlich ist ihm die Zeit nicht allzu lang geworden, so ganz ohne Werkzeug.« »Bestimmt nicht,« sagte Tim, »bestimmt nicht,« sagte der Magier. So zogen die Igelbrüder weiter in Richtung Mäusewald, während der junge Hase und sein betagter Begleiter dem Weg bis zum Postamt am Fluss folgten. Es war zwischen alten Weiten am Flussufer gelegen. »Das Postamt, wir sind da,« sagte der Magier bedeutungsvoll. Und Tim war beeindruckt. An der Seite des Hauses, die zum Fluss hinzeigte, rauschte und klapperte ein großes, hölzernes Wasserrad. An einem rustikalen Holzsteg am Ufer des Flusses lag ein kleines Schiff und wartete scheinbar darauf, dampfend gegen die Strömung des Flusses anarbeiten zu dürfen oder sich bequem flussabwärts tragen zu lassen, bis zu anderen Wäldern, Dörfern und Postämtern. Vielleicht sogar bis zum Meer. Als die beiden das Postamt betraten, begrüßte sie der dicke Biber, der hinter einem Tresen Briefe sortierte. Zu seinen Seiten stapelten sich ein paar sorgfältig verschnurrte Pakete. »Sagen Sie, Herr Biber, ist vielleicht Post für mich angekommen?«, fragte der Magier höflich. »Nein, das wüßte ich, tut mir leid,« sagte der Biber und fügte dann hinzu, »Zudem sollten Sie wissen, dass Ihnen die Post zu Hause zugestellt wird. Nun ja, natürlich könnten wir hier auch mal etwas liegen lassen, aber«, er deutete auf ein paar Postfächer, die wohl für den Abschnitt des Mäusewaldes reserviert waren, in dem der Magier zu Hause war, »hier ist nichts liegen geblieben.« »Nichts für ungut,« erwiderte der Mann und grübelte vor sich hin. »Mit magischen Vorahnungen ist das so eine Sache. Manchmal funktionieren sie. Und manchmal nicht. Trotzdem, er hatte selbst jetzt noch das merkwürdige Gefühl, dass ihn Post erwarten würde. Das sollte er hier im Postamt aber besser nicht zu laut sagen, denn der Biber wußte, was er tat, und wenn keine Post da war, dann war keine Post da.« Während der Magier, vom gleichmäßigen Klappern des Wasserrades unterstützt, so vor sich hin grübelte, erzählte der dicke Biber dem kleinen Hasen, dass es fast einmal so weit gekommen wäre, dass der Mäusewald umbenannt würde und dass er deshalb mehrere Nächte hintereinander kein Auge zubekommen hatte. Den Namen eines Waldes durfte man nicht einfach ändern, schon allein seinem Postboten zuliebe. Tim stimmte ihm zu. Als der Mittag schon in den Nachmittag übergegangen war und die Sonnenstrahlen die Wolken über ihnen goldgelb färbten, machten sich der nachdenkliche Magier und der kleine Hase auf den Rückweg. Während sie erneut zwischen majestätischen Tannen hindurch den kleinen Nadelwald passierten, blickte der alte Mann nach oben und sah ein berauschendes Spiel aus Licht und Schatten. Hoch über ihnen, zwischen den Zweigen der Nadelbäume, glänzten alte, löchrige Spinnennetze, deren Besitzerin sie schon vor langer Zeit auf acht geschäftigen Spinnenbeinen zurückgelassen hatte. »Sieh nur,« sagte der Magier und zeigte empor. Tim begeisterte das Schauspiel in der Höhe und er stellte fest, dass, wenn er sich auf der Stelle drehte und dabei hoch sah, das Spinnennetz in den verschiedensten Farben glitzerte. Der Magier räusperte sich und blickte ihn von oben herab an. »Deine Mutter wäre nicht erfreut, wenn ich ihr erzähle, dass du dich überdreht hast.« Tim blickte den Magier stumm an, nachdem dieser sich über ihm wie eine alte Wolke vor die Tannenwipfel geschoben hatte. Dann begann der Magier zu lachen und drehte sich ein paar Mal um die eigene Achse. Auch Tim begann zu lachen. Eine Mäusefamilie, die es sich ein paar Meter unter der Erde gerade zum Nachmittagscafé bequem gemacht hatte, lauschte skeptisch, als sie die lauten Geräusche aus der sonst so ruhigen Nachbarschaft erreichten. Doch als die Kinder Grimassen machten und so taten, als ob ihnen das laute Lachen gehörte, konnte sich auch der Mäusevater nicht zurückhalten und lachte laut und steckte damit auch seine Frau und die Großeltern an. Tim und der Magier kamen wieder an die Bachbrücke und gingen an der Wiese vorbei, auf der sie Heinz kennengelernt hatten. Sie gingen ein wenig langsamer und beide dachten jeder für sich an den freundlichen Igel und die glänzenden Fische, die sie im Bach beobachtet hatten. Den Feldweg entlang wandernd bemerkte Tim eine alte Baumwurzel, die ihm bekannt vorkam. Er stellte sich vor sie, deutete den Magier höflich an, zurückzubleiben, und dann sprang er aus dem Stand, wie es Hasen ganz ohne Anstrengung machen, über die Wurzel. Dann blickte er sich um und gab seinem Begleiter zu verstehen, dass diese Methode sicher sei. Der Magier blickte ernst zurück, stellte sich vor die Fußangel, über die er am Vormittag gestolpert war, und sprang mit einem kurzen Satz, wie er für ältere Magier schon eine Leistung ist, über sie hinweg. Wieder in gewohntem Stillstand angekommen, sah sich der Magier nach der Wurzel um. Die ragte ganz unbescholten aus der Erde hervor, und der knorrige Baum, der ganz in der Nähe stand, hätte sich vielleicht über das Schauspiel amüsiert, doch es schien, als hielte er gerade ein Nickerchen. Der Magier schnipste mit den Fingern, und dabei flogen kleine glitzernde Funken durch die Luft. Die Wurzel verschwand raschelnd unter der Erde. Nach dieser magischen Fingerübung gesellte sich der alte Mann zu seinem jungen Freund, der auf ihn gewartet hatte, und gemeinsam setzten sie ihren Weg fort. Wie zwei, die mindestens zwei sichere Methoden kannten, Baumwurzeln aus dem Weg zu gehen, die ihren Weg kreuzten. Nach einiger Zeit gelangten sie an das Haus, in dessen Vorgarten der Magier den jungen Hasen und seine Mutter am Morgen getroffen hatte. Die Wäsche wehte im lauen Wind des Nachmittags. »Ich bin zu Hause«, rief Tim in Richtung des Hauses, und wenige Augenblicke später öffnete sich die Tür, und fünf neugierige Hasenköpfe sahen interessiert heraus. Frau Hase, die sich jetzt neben Tims Geschwistern durch die Tür drängte und sich dabei die Hände mit einem Geschirrtuch abtrocknete, breitete die Arme aus und fing den kleinen Hasen auf, der ihr mit einem großen Satz entgegensprang, und nahm ihren Sohn lachend in Empfang. Von der Türschwelle aus wünschte die Hasenfamilie dem Magier einen schönen Abend, und keines der Hasenkinder ließ es sich nehmen, auf Wiedersehen zu rufen. Der Magier verbeugte sich und wünschte ebenfalls einen schönen Abend. »Danke für deine Begleitung auf dem Weg zum Postamt, junger Freund«, sagte der alte Mann. Tim winkte ihm noch einmal zum Abschied zu, und dann verschwanden Frau Hase und die Kinder im Haus. So machte sich der Magier auf den Heimweg und ließ das Haus der Hasenfamilie hinter sich zurück. In den Gräsern am Rande der Felder begannen die Heuschrecken und Grillen ihre Melodien zu spielen, um die Sonne zu verabschieden, die sich gemächlich dem Horizont näherte. In der Ferne dunkelte es bereits, doch wohin der Wanderer auch blickte, es schien, als ob Mensch und Tier und was sonst noch unter dem Abendhimmel lebte, in diesem Moment zufrieden waren. Und als er vom Feldweg auf den kleinen Weg zu seinem Haus einbog, begrüßte ihn die große Buche, die auch während seiner Wanderung zuverlässig über sein Haus gewacht hatte. Der Magier blickte in die dunkle Baumkrone hinauf, dann entriegelte er die schwere, hölzerne Tür und legte seinen Koffer ab, sah sich in seinem Haus um, wie jemand, der auf Reisen gewesen war und schon fast vergessen hatte, wie es zu Hause aussah, und schloss dann die Tür seines Hauses mit einem kurzen Blick in den abendlichen Himmel. Die magische Vorartung bezüglich eines Briefes hatte sich zwar nicht erfüllt, aber es war trotzdem eine gute Idee gewesen, das Postamt zu besuchen, sagte sich der alte Mann. Im Haus der Hasenfamilie setzte sich Tim an den Schreibtisch seines Vaters, nahm sich ein Blatt Papier und begann sorgfältig zu schreiben. Lieber Magier! Und damit der alte Mann diesen Tag in Erinnerung behielt, wollte er ihm über den freundlichen Heinz und seine Brote schreiben, über das Lied der Igel, über das Schiff, das auf den Wellen des Flusses schaukelte, und auch über den dicken Biber vom Postamt, der diesen Brief zuverlässig zustellen würde. Und da ist dann der Brief, der den Magier vorausgesehen hat. Ja. Der alte Magier ist ja wahrscheinlich der Magier, den wir auch im Spiel getroffen haben. Ich hätte es aber schöner gefunden, wenn der Hase der Marquis gewesen wäre. Oder vielleicht ist ja der richtige Name vom Marquis, Tim, und Marquis de Ho-To ist irgendwie so ein Künstlername. Aber auch interessant, dass hier in der zweiten Geschichte erwähnt wurde, dass Mauswald fast umbenannt wurde, worum es in der ersten Geschichte ging. Ich habe gerade gesehen, das war wirklich jetzt fast eine halbe Stunde lang. Ach, ey, ey, ey.